Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 14 Karriere Modus Heute nochmal mit einem Spiel gegen, äh, nicht gegen Australien, sondern mit Australien, gegen Wales, gegen Gareth Bales Truppe Und ja, äh, letzte Folge natürlich wieder missgeschickt passiert Ich denke ich nehme auf und dann habe ich natürlich vergessen bei Order City auf auch nochmal zu drücken Von daher werdet ihr sehen, ob ich es gestern nach Nacht kommentiert habe oder nicht Weiß ich jetzt gerade noch nicht, ich nehme es jetzt gerade ein Stück auf Hab es Gott sei Dank mittendrin gemerkt Von daher, ja, shit happens Ganz, werdet ihr sehen, ob ich das Ganze nachkommentiert habe Ich denke mal schon, dass ich das nachkommentieren werde Deswegen kommt die Folge FIFA ja auch erst am Freitag und nicht wie gewohnt am Donnerstag Heute ist ja Sonnabend, wenn diese Folge kommen müsste Von daher, herzlich willkommen zu diesem Bundesligaspieltag Aber hier bei uns ist Länderspielpause noch Und wir spielen heute, wie gesagt, gegen Wales mit unseren Australiern Von daher ab ins Spiel Und wir spielen heute diesmal zu Hause Spielen auch diesmal in Gelb Wales kann gerne in Rot spielen von mir aus Wir spielen auch, oh, schickes, riesige Stahl haben sie da auf jeden Fall in Australien, meine Güte Und bei Nacht auf jeden Fall, das ist auch schick Von daher Gucken wir nach, wie wir spielen werden Ja, Schwarz, oh, alle mit Minus Warum? Die haben noch gut gespielt letztes Mal Mensch So, auf jeden Fall wird McGowan rausgehen Der hat mir nicht gefallen Für ihn kommt Rose rein Und ja, ansonsten Widosic Jedinak Ja, Dings hat nicht gut gespielt Natürlich, äh, Cahill Aber er kriegt natürlich seine Chance Wir, er ist natürlich Kapitän hier Ansonsten Lukavica Ja, auch Lukavica wird diesmal von Anfang an spielen lassen Äh, warum auch immer Der Typ mich immer zu anstrebt Ich kann kotzen Lass das doch mal sein, wenn ich online bin Ich bin nur online bei Brawl Origin, wenn ich aufnehme Und dann Also ich denke mal, der will das ja sicherlich gucken Und ich bin schon als unsichtbar markiert Ich weiß nicht, wie Gut, also Ohr geht runter heute für ihn Lukavica von Beginn an dabei Ich weiß nicht, warum die Form alle bei denen so runter ist Aber okay Auf geht's ins nächste Spiel Mit den Australiern Gegen, äh So, jetzt bin ich am Elfmeter halt Gegen Ledley von Wales Oh, der schießt in der Mitte Das ist ja sehr interessant, vielen Dank So, nächster Schuss von Ledley Gucken wir mal, wo der hingehen wird Wieder in die Mitte Ja, vielen Dank Das ist ja ein leichtes Ding zu halten So, mal gucken, wo er diesmal hinschießt Ja Oh, wieder in die Mitte Das ist ja Wundervoll einfach Jetzt kann ich ruhig mal einen kassieren Wenn die Anzeige nicht mehr Oh, die Anzeige ist trotzdem noch da Da ist ja herrlich Na komm Oh, Framework kurz Auch wieder in die Mitte So ist es ja natürlich einfach Die Elfmeter zu halten Ganz ehrlich So ist es richtig einfach Die zu halten Ledley Oh, haut den Tolle Kanne vorbei Jetzt hat er mal woanders geschossen als die Mitte Mal gucken, wo er jetzt denn schießt Ah, verdammt Ja, gut Ein Versuch noch Wir haben uns einen guten Vorsprung rausgearbeitet Hier mit den Punkten Mal gucken, wo wir da diesmal landen Ah, scheiße Schwarzer war dran Aber am Ende reicht es locker Für Was für einen Platz Mal gucken Für Platz Acht Okay Gut Auf ins Spiel der Nationalmannschaft von Australien Gegen Wales Riesige Start Auf jeden Fall wie gesagt Da haben wir den Wales Block Cahill führt die Mannschaft aufs Feld Ja, letztes Mal kein gutes Spiel von ihm Aber mal gucken, wie sich diesmal schlägt Dann ist es noch nicht fast gleich ein Startelf Das sieht aber nicht so schön aus der Rasen Da vorm Tor vor allem Und in der Mitte Nicht so schick Aber gut Wir werden uns natürlich wieder alles anschauen Hier Wer keinen Bock drauf hat, das jetzt anzuschauen Der überspringt das Ganze einfach Ist ja nicht schwer bei YouTube Und deswegen Aufstehen für die Australische Nationalhymne Ja, wie gesagt Hoffentlich kriege ich für diese Nationalhymne, die hier eingespielt wird Keinen Content-Treffer von YouTube Das ist ja natürlich sehr genial Wenn YouTube und die Gamer Selbst da ging was rum zu fosseln haben Dass die Nationalhymne gesperrt ist Wie ein Uber-Richtung Hast du nicht gesehen Da hast du aber ein Jahr in Google Von daher hoffe ich, dass YouTube Mir nichts ankreidet Aber machen sie uns heute ja irgendwie nicht mehr Gott sei Dank Ich bin alles weggeretzt So, da haben wir das Team gesehen Was heute spielen wird Ein österreichischer Schiedsrichter Interessant Dann haben wir die Startelf Natürlich mit dem Australischen Keeper Mit deutschen Wurzeln Mark Schwarzer Jahrelang beim FC Fulham im Tor gestanden Dann Wilkshire, Smith, Sainsbury, Rose, Cahill, Jedinak, Cruz, Widosic, Rukavica Und ganz vorne der Frankfurter Matthew Lackey Und da haben wir Wayne Hennessey im Tor Sam Ricketts, Gabby Williams Ryan Wiggins, Edwards, Joey Allen Isgrove, Kieran Ledley glaube ich Heißt der, wenn es richtig ist Nee, Jay Ledley Alan Ramsey auch dabei Und vorne drin natürlich Gareth Bale, oder? Habe ich mich dafür geguckt? Ich glaube, Gareth Bale ist nicht dabei Ist auch interessant So, Kamera wird wieder ein bisschen höher Da haben wir den Robby Cruz Wer hat man kann ja für Werder, ne? Robby Cruz Wilkshire Ballverlust gegen Ramsey Einwurf Von Cahill Über Cruz Nochmal Cahill Na gut Das war nicht gut Edwards Nee, Foulx im Sturm Bale ist nicht dabei Gute Sache Wiggins und Adam Smith Nee, Adam Smith ist glaube ich nicht Aber gut gekämpft Hat er beim Pressschlag mit dem Oh, der ist auf die Schulter gefallen Wie es aussieht Der gute Wiggins Winkommt jetzt schon ganz früh Collins in die Partie Da mussten sie raus Oh, nicht, dass es eine Schulter-Eckgelenksprennung ist Kennt man ja So eine Verletzung Foulx Okay, gute Balleroberung Heute will das was gut machen, glaube ich Jeden Dank aber mit dem Ballverlust wieder Ramsey Alan Ramsey von FC Raupul Wilkshire Oh, Fehlpass Cruz Ist drauf Jetzt muss Rose davor Rose holt den Ball Sehr schön Und der hat sogar noch einen Antrieb In 32 Jahren Super So, jetzt ist mal Jedinack Mit dem Pass auf Wiedersitz Es ist jetzt Jedinack Torschütze zum 2 zu 3 Oh, Lecky Legt auf auf Cruz Und Robby Cruz sieht ab Mit links Mit seinem schwängeren linken Will das gar noch einen Freischuss haben Wie es aussieht Ich glaube, da war kein Kontakt da Aber die erste Chance Für Australien hier Im Führerzug gehen Daheim Und der Hansa fährt Der neue Nationaltrainer Äh, Nationaltrainer In seinem zweiten Spiel Für die Australische Nationalmannschaft In seinem ersten Daheim Wir spielen heute in Sydney Oder in Perth Smith Wilkshire Okay, Hill Ballverlust Gegen Ramsey Kommt der Pass auf Ledley Und Wilkshire Wiedersitz Wiedersitz Oh, Wiedersitz Fehlt Pass Der war nicht gut gespielt Überhaupt nicht gut Allen Aus, äh, Wales Mit mehr Ballbesitz Hier in den Anfangsminuten Sainsbury Jedinak Was ist das denn Für ein Spiel heute Von Jedinak Meine Güte Jetzt eine nächste Chance Cahill Lecky Ballverlust Ging Williams Lecky holt ihn sich wieder Lecky Auf Cahill Jetzt muss Lecky Aber im Laufend Cahill legt sich dahin Lecky Gute holt Lecky Schöner Pass Jetzt auf Tim Cahill Oh, das gibt's doch nicht Wie kann man denn so langsam sein Ein Anzug wie ein Trecker Meine Güte Der war sowas gut gespielt Perfekt eigentlich Weiß ich nicht, wie er den nicht kriegen kann Ledley Holt hier die Gute spielen Ich glaube Elfmeter Sollte Ledley hier nicht schießen Gegen uns Smilf hinten rum Mit Schwarzer Schwarzer Weit raus Auf Burgscheer Kommt nicht durch Wells macht die Räume ganz eng vorne Presst hier früh beim Auswärtsspiel Das ist echt ungewöhnlich Gute Grätsche Und das ist ein Traumtor von Fuchs 25. Minute 1-0 Führungstreffer für Wells Und es ist doch nicht zu fassen Wie oft gehe ich denn hier in FIFA Leichter Zeit in Rückstand Jedes Spiel Jedes Spiel muss ich hier in FIFA in Rückstand hinterlassen Das kann ja wohl nicht wahr sein mittlerweile Ganz ruhig bleiben Nicht wieder wütend werden Auf jeden Fall hier abgeblockt Und dann Fuchs aus dem Stand Ja gut er kommt aus vollem Lauf Wollen wir mal nicht übertreiben Er kommt aus dem Lauf Ball kommt ihm direkt entgegen Und dann hämmert er den Trifft den perfekter Marc Schwarzer ohne Chance Rose gegen Edwards Ballverlust Weiter Ballbesitz für Australien Rukavica Mit Rose Ach das kann nicht wahr sein Dass ihm bei so einer Annahme den Ball weg springt So weit nach vorne springt Das kann echt nicht sein Rukavica Ja okay Einwurf Wills ist Grove Edwards Smith Baller oberen Kann den Ball noch nicht halten Jetzt Ledley Wiltschel Regents leere Cahill ebenfalls Kommt nochmal raus Auf Collins Der kalt reinkam hier Für Williams Allen Ramsey Allen Ramsey Vom FC Arsenal Und Rukavica Hält den Ball Sehr gut Treibt ihn nach vorne Nimmt Rose mit Und nochmal Rukavica Stuhlbrück auf Rose Rose mit der Flanke Keiner geht hoch Jedinack Okay gut gelöst Mal ein Ball angekommen Bei Rose Rukavica Flanke Ausgeköpft Folks Wieder Folks Könnt ihr die nächste Wetten abschließen Wann Der Hansa Finden Rückstand Geredet In welcher Minute Führung Will ich gar nicht Sprechen Joey Allen Mit Patricks Ein Haken Von Istroff Und das Ding Ist auch Wieder Gegessen Im 2 Kampf Rose Auf jeden Fall Gut Klärt zum Einwurf Da muss aber auch einer ran Da Geht keiner an Ellen ran Rose Grove Ein Haken Ist ja drin Da ist Folks Und Ja Folks Und Sainsbury Blocken das Ding Ja Wiedosic Nimmt Cahill mit Cahill Aus dem Ligen gespielt Nach vorne Ein bisschen steil Aber Rukavica Klasse Rukavica Hennessey Kommt früh raus Macht sich breit Oh Collins bleibt Und beim Besitz Cahill Gut erobert Jedinack Cahill Cahill Zieht ab Und Hennessey Zur Ecke Jawoll Sieht auch noch Fußball aus Jetzt hier bei Australien Schnell gespielt Cahill mit einem schwachen Linken Der dreht sich noch ganz gut raus Hennessey Gut dran gewesen Sonst lassen wir mal Den Rechtsfuß hier treten Und zwar Robbie Cruz Tritt an hier zur Ecke Kommt keiner hoch Wilkshire Ach Dieses Vorgelege Der schwarz Kommt doch raus Ach das dauert doch wieder eine Stunde Er sich da hin Der kann doch rauskommen Den Ball annehmen Und Denn kommt so ein scheiß Abwurf Mann ey Wenn man das Spiel mal schnell machen will Dann reagiert FIFA hier sowas von sensibel Und schlicht Pässe in Richtung Wo kein Mensch steht Muss man nochmal so ganz klar sagen Edwards Rickets Ledley Ledley Jetzt nicht durch Ledley Ledley Schwarzer Muss er hin Schwarzer Mit der Faust da Collins lässt Cruz aussteigen Ramsey Collins Collins flankt Oh Das sah gefährlich aus Am Ende aber nichts passiert Widosic Mit den Kräften Schon am Ende ist es Halbzeit 0-1 Aus Sicht der Australier Gegen Wales Durch ein Traumtor von Fox So Leute Wir wechseln wieder mal Aus hier zur Halbzeit Für Widosic Kommt Bresciano ins Spiel Das ist der einzige Wechsel Erstmal hier Zum Ende der ersten Halbzeit Der Widosic hat mir heute nicht gefallen Aber auch Jedi Nacken Hat eigentlich nicht gefallen Aber man kann ja nicht alles wechseln Alles durchmischen Denn klappt erst recht nichts zusammen Gucken wir mal nach und nach So Lecky Gute Ballauberung Aber Collins Hat er den Raum gut zugemacht Gut aber von Bresciano Und das ist wohl ein Brecher Bresciano Holt den Ball hier noch Gut Cale Mit Jedinac Nimm Rose mit Rose Ja wollte eigentlich Um Kapitän mitnehmen Schießt aber Isgrove an Gut gelöst jetzt von Jedinac Und jawohl Jemand Einwurf Für Australien Jedinac Gucca Vizia Oh Liegt sich den Ball vor Bei der Antritt Der kommt nicht Weil sie Endgeschwindigkeit Hat er zwar eine gute Aber der Antritt Klasse Aber bleibt nicht Im Ballbesitz Ist Grove Edwards Edwards Wohin Wohin Kommt trotzdem an Ramsey Gut von Jedinac Bresciano Nimmt Rucca Vizia mit Aber Gabben Steht da wie eine Bank Sainsbury Der Ball kommt aber nicht an Hart in die Mitte gespielt Aber da geht keiner hin Jetzt gut gelöst Lecky Und da kommt Rucca Vizia wieder Rucca Vizia Und Ricketts ist dran Das gibt's ja gar nicht Das ist das für ein Antritt Der liegt sich den Ball Zwei Kilometer weit vor Aber der Antritt Der fehlt da komplett Bei Ricketts Und dann Och hör doch auf Hör doch auf Wie kann man das Foulpfeifen Und dann schon wieder Framework Und dann kommt Heute wenn sowas Hier langsam nicht klappt Ach das regt einen da auf Vor allem wenn man So einen Scheiß abpfeift Da war überhaupt nichts eben Okay wir rutschen Wieder mal ins Leere Wendsey Edwards Ach komm schon Man kriegt immer den Falschen Den man haben will Oder den man nicht haben will Ach das weiß ich doch nicht Da kommt die Flanke Trotzdem Schwarzer reift ins Leere Und da steht 2-0 Für Wales Ladley der Torschütze Jetzt greift der Torwart Opi Ins Leere Bei dieser Flanke Erstmal Rose sieht nicht gut aus Flanke kommt zu spät Gretchen kommt zu spät Und dann ja Ja gut da sehen alle nicht gut aus Auch die Verteidiger Um Smith nicht Und dann steht 2-0 Für Wales Auch kein Wunder Wenn Australien in Offensive Wenig zusammen geht Jetzt Cruz Gut gespielt auf Wilkshire Collins ist da Collins mit der Grätscher Collins macht Willenschein gespielt Warum den nicht von Fang gespielt hat Ist die große Frage Joey Allen Ramsey Edwards Jedinag Gute Balleroberung Lecky Lecky mit dem Ball auf Rukavica Aber Williams Wie gesagt Da fehlt der komplette Antritt Bei Rukavica Da ist nichts Da kommt nichts Als Antritt Da kommt einfach nichts Er legt den Ball vor Und zack Ist der Verteidiger dran Dresciano Sauber Der Fehlpass schon wieder Mann Und schon wieder Framerbrüche Was ist denn das Leute Mann Wir tun wieder Eine verkackte Aufnahme Hier ganz ehrlich Woran liegt das Scheiß FIFA Kommt wieder nicht klar Hier mit Fraps oder was Kann ich mir ausrasten Bei Das ist doch kein Spiellist Das seht ihr auch Im Endvideo Dass es hier ein bisschen Abgehackter läuft Wie soll man da Nünftig spielen können Hallo So wheelchair Auch dabei vorgelegt Aber kein Antritt Ich könnte da schon wieder Sowas von Würgen Mann So Orbit kommen Für Cruise Sarota für Rukavica Oder andersrum Wenn sie tauschen Dann haben wir Ist auch schon wieder geklärt Hier auf der Außen Allen Was da Hör doch auf Was hat er da jetzt schon wieder gesehen Drei no Wales Durch folks Weil das irgendwie Arbeitsverwirrung war Vom Innenverteidiger Wie kann man so schlecht da stehen Wales ist auch keine hochklassige Nationalmannschaft Das ist eigentlich auf unserer Augenhöhe Aber das mich hier doch Drei no wieder abschlachten lassen Ist doch so echt die Höhe Da habe ich schon gar keinen Bock Weiter aufzunehmen Das Beispiel aufbauen Da Es kam Ich kann Building Die Traste Ach, dieses Zweikampfverhalten von Wilkshire, das ist doch lächerlich. Die letzte Folge habe ich so geschwärmt wie bei Australien, aber hier könnte ich schon wieder jetzt ausrasten. Deswegen kann ich auch sehr schwer jetzt die Nachkommentierung für die andere Folge machen. Das ist... Da muss ich mich erstmal wieder beruhigen für. Das ist ja schon wieder der letzte Mist hier. Da kommst du hier kaum noch über die Mittellinie. Kein Absatz von Lecky. Schieß doch! Oh, und dann bin ich auf die scheiß L-Taste gekommen. Warum schießt du denn nicht gleich? Ich habe nur schlecht gedrückt, ey. Das hasse ich vorbeizt von bei FIFA. Wenn du gedrückt hast, dann macht er nichts. Wenn du es wirklich willst und du es gedrückt hast, dann macht das. Und wenn du gedrückt hast versehentlich und du willst es nicht, dann macht das. Also, das ist... FIFA halt, ne? Aber es gibt ja keine passende Alternative dazu. Von daher sind wir alle süchtig nach FIFA. Nein, PES ist nicht besser. Ganz im Gegenteil. Unglaublich, ey. Viertel zu rechts hier vom Publikum. Wenn man da den Ball verlieren kann, ey. Also, manche können hier echt keinen Ball annehmen, merke ich so mal. Das war's. Oder Quatsch. Mit Bayern gegen Schalke, also... Guck mal Ballbesitz an. Da hatte, ja, 41% Schlappe nur, also... Ja, Leute, beim nächsten Mal geht's nochmal mit Werder. Ich freu mich schon richtig drauf, oh mein Gott, ey. Leg mich doch mit deiner scheiß Pressekonferenz, ey. Gut, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.